Ich möchte noch mal dazu aufrufen, für die homosexuellen Geschwister oder die diese Neigung haben, die dieses Gefühl haben, ihr seid bei uns willkommen, meldet euch bei uns, vielleicht können wir euch auch irgendwie helfen. Versucht diese Tat nicht zu praktizieren, denn sie ist ganz klar laut Koran und Sunnah eine Sünde. Und wenn ihr euch von einer Sünde fernhaltet, obwohl ihr die Begierde dazu habt, habt ihr einen großen Lohn zu erwarten. Genau wie beispielsweise eine Frau oder ein Mann, die gerne heiraten würden, die sexuelle Gelüste verspüren, aber die nicht niemand zum Heiraten finden und deswegen sich davon fernhalten, zum Beispiel ins Bordell zu gehen oder in irgendwelche Chaträume und nicht da irgendwie Unzucht führen, einen großen Lohn zu erwarten haben. Und diejenigen, die versuchen, dass die vielleicht unwissend deswegen waren und jetzt die Wahrheit erkannt haben, verbreitet diese Sache und folgt nicht solchen Leuten, die so eine Irrlehre verbreiten. Denn diese Leute, die so etwas verbreiten, sind Scharlatane, die sich gegen das Wort Gottes auflehnen. Sowohl im Koran als auch in der Bibel. Sowohl aus muslimischer Sicht, als auch aus christlicher Sicht, als auch aus jüdischer Sicht. Das ist ein klarer Fall. Man kann friedlich miteinander leben, aber wir lassen es nicht zu, dass unsere Religion verändert wird. Und jeder Muslim hat die Verantwortung, dazu beizutragen und den Mut zu haben, aufzustehen, wenn versucht wird, die Religion zu verändern. Wir wollen niemandem Gewalt antun. Wir wollen niemanden beschimpfen. Und das ist auch ein Aufruf an die Muslime. Beschimpft niemanden. Schlagt, tut niemandem Gewalt an. Ja, aber sagt klar und deutlich, dass diese Sache verboten ist. Im Koran, in der Sundan verbreitet dieses Video. Im Koran, in der Sundan verbreitet dieser네요. Und damit müssen wir nicht so weiteres sagen.